Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit mir. Mein Name ist Nadine Meierhofer, ich bin Hair and Makeup Artist aus Österreich. Und zwar gebe ich euch heute zehn wichtige Tipps für die richtige Haarpflege. Gerade jetzt im Winter, wenn die Heizungsluft wieder dazu kommt und die Haare trocken und spießig werden, habe ich da so einige Tipps und Tricks für euch. Also Ohren auf und gut aufgepasst. Ich bin nicht nur Hair and Makeup Artist, sondern auch Friseurmeisterin, besitze meinen eigenen Salon und empfehle meinen Kunden immer die Haare nicht täglich zu waschen. Also hier kommt Tipp Nummer eins. Wascht eure Haare zwei bis dreimal die Woche, wenn es nicht anders geht. Aber bitte auf gar keinen Fall täglich waschen. Das trocknet irrsinnig die Haare aus und macht sich splissig und spröde. Tipp Nummer zwei. Shampoo kommt nur auf den Ansatz, nicht in die Länge. Ganz, ganz wichtiger Tipp. Ich glaube, das macht jeder zweite falsch. Shampooiert wird die Kopfhaut. Die Längen bitte werden so gewaschen, dass beim Rausspülen des Shampoos von der Kopfhaut, dringt das Shampoo über die Längen drüber und wir kneten es nur durch. Das ist vollkommen ausreichend für die Haarlängen. Dann kommen wir auch schon zu Tipp Nummer drei. Die meisten wursteln die Haare nach oben und waschen die Spitzen mit ganz, ganz schlecht. Denn das trocknet die Haare irrsinnig aus und erzeugt Splissor. Eigentlich gar kein Splissor. Tipp Nummer vier. Zweimal Haare schamponieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, weil meistens, wie bei dem ersten Waschdurchgang, die ganzen Fettrückstände, Haarspray, es wird nicht alles entfernt. Deswegen zweimal waschen. Wie schon vorher erwähnt, nur am Ansatz. Tipp Nummer fünf. Und wir kommen auch schon zur richtigen Temperatur beim Haare waschen. Es soll nicht zu heiß und auch nicht zu kalt sein. Lauwarmes Wasser ist das optimale Temperatur. Man kennt das, glaube ich, vom Geschirrspülen. Wenn das Geschirr zu kalt gewaschen wird, kann der richtige Schmutz nicht entfernt werden. Das heißt aber nicht, dass wir unsere Haare heiß waschen wollen. Deswegen lauwarmes Wasser ist das optimalste. Und zwar werden die Haare in kreisförmigen Bewegungen gewaschen und nicht die Haare wirrwarr über den Kopf gestrichen und verwuschelt. Das heißt, wir bringen unsere Fingerkuppen an die Kopfhaut und waschen in kreisförmigen Bewegungen, um die Talgdrüsen gut auszumassieren und den ganzen Schmutz zu entfernen. Tipp Nummer sieben. Und zwar verwendet Pflege, gerade über langen Haaren, bitte. Feuchtigkeitspflege, ganz, ganz wichtig. Sonst brechen euch die Haare ab. Und hier gibt es verschiedene Pflegearten. Es gibt Haarmasken, es gibt Haarkuren, es gibt Conditioner, es gibt Haaröle, es gibt Sofortpflegen, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Sachen. Am besten erkundigst du dich, was für ein Haartyp du bist. Hast du lockiges Haar, glattes Haar, feines Haar und wählst dann dementsprechend deine perfekte Pflege dazu. Und auch hier gilt Pflege einwirken lassen, wenn es die Pflege so möchte. Tipp Nummer acht. Auch die Wahl des richtigen Handtuches ist von Vorteil. Wenn du zu sehr stark blondierten, so wie es ich habe, sehr spissigen und spröden Haare neigst, empfiehle es sich ein Mikrofaserhandtuch zu verwenden, weil es viel haarschonender ist. Dasselbe gilt für den Kopfpolster. Wenn du auf einem Seitenkopfpolster schläfst, brechen deine Haare nicht so schnell ab. Tipp Nummer neun. Auch das richtige Abtrocknen ist sehr, sehr wichtig. Und zwar gilt hier, die Haare werden nicht gerubbelt im Handtuch, sondern die Haare werden gedrückt. Ganz, ganz wichtig. Sonst entsteht wieder unnötige Spiss. Tipp Nummer zehn und auch schon der letzte Tipp. Wichtig ist auch, wie trockne ich meine Haare? Das heißt, benutze ich einen Föhn oder lasse ich sie Luft trocknen? Kommt je auf die Haarstruktur an und auf das Ergebnis, was man natürlich haben möchte. Am besten ist natürlich immer, man lässt sie Luft trocknen, vielleicht eingewickelt in einem Mikrofaserhandtuch. Sonst empfiehlt sich die Haare bei mittlerer Stufe zu föhnen. Das heißt, bitte nicht ganz heiß föhnen. Wenn man sie kalt föhnt, gerne, aber es dauert wahnsinnig lange. Das heißt, man kann sie ruhig auf mittlerer Stufe föhnen. Hier kommt noch ein extra Tipp. Und zwar bitte Hitzeschutz verwenden. Es ist eines der wichtigsten Sachen. Hitzeschutz verwenden, bevor man Styling-Tools verwendet, wie Glätteisen, Lockenstab oder auch Föhn. Für die richtige Feuchtigkeitspflege in den trockenen Wintermonaten verwende ich die BeCare Pro Serie von BIPA für trockenes und strapaziertes Haar. Für die Haut verwende ich die BeCare NutriIntense 24 Stunden Creme. Somit können Haut und Haare in diesen trockenen Wintermonaten um die Werte strahlen. Das war's jetzt von mir. Ich hoffe, die Tipps und Tricks haben euch geholfen. Lasst mich doch gerne bitte wissen in der Commentbox. Abonniert den Channel und ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video.